Musik Wie ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider Und zwar haben wir jetzt die Prüfung des Adlers hinter uns Die haben wir geschafft und es geht hier weiter Boah, es sieht einfach so nice aus, es ist wirklich der Wahnsinn Wir gucken uns natürlich um und hoffen, dass wir so wie da natürlich was Schönes finden Geil, dass man das alles kaputt machen kann, also ist natürlich nicht schön, aber So, das nehmen wir uns gerne mit Was haben wir hier noch? Da haben wir noch etwas Entschuldigung, ich wollte hier nicht alles kaputt machen Lara geht einmal durch und ist alles Was willst du machen? So Sehr schön, ein Fähigkeitspunkt haben wir So Und unsere goldene Zeiten Quechua Paititi floriert unter den wachsamen Augen von Iskayawa und seinem Rat Die Stadt wächst, Tempel werden erbaut Die Menschen sind friedlich, wohlhabend und zufrieden Sehr schön So, let's go Gucken, was wir hier so haben Für meinen Geschmack noch alles was zu ruhig Mal schön Pilze machen So, nochmal schnell einen Pfeil gespickt Okay Oha Hier sind so kleine Maden Oder sowas in der Richtung Das sieht nicht gut aus Aber hey, komm Voll Na toll So, wir gehen weiter Alles voll Ich kann mich nicht mehr tragen Ist ja blöd Oh, tiefes Loch Wollen wir gar nicht rein Das heißt, wir springen Genwand Und klettern einmal hoch Okay Alles sehr verworren hier So Vielen Dank Kommen wir Nein, nein, nein Boah Alter Lara Boah Das kann doch nicht wahr sein Die alte Tröte So Da müssen wir hin Wie kommen wir da oben hin Ah, okay Alles klar So Einmal Jumpy Jumpy machen Cool Und einmal hoch Okay Nächstes Kapitel Einmal durch die Bitters Enge Und dann los geht's Willen wir die Verborgene Stadt jetzt finden Sieht gut aus Boah Alter Geil, dass es aussieht Das stimmt Das stimmt Wo sein Lara Ich hab's geschafft Ich betrete eine Höhle Jonah Verdammt So, vielen Dank Wir konnten uns noch gar nicht so richtig hier umgucken Warte mal Äh, Y Haben wir hier irgendwas schönes Neues Basislager entdeckt Wo, wo Ja Cool So Dann können wir endlich mal Ein bisschen was machen Neue Fähigkeiten haben wir gekriegt Okay Lass uns mal Lass uns mal ganz kurz schauen Das haben wir schon Wir haben einen Fähigkeitenpunkt Müssen wir irgendwie klug einsetzen Irgendwie Müssen wir glaube ich Ein bisschen sparen Habe ich das Gefühl Was ist das hier? Führen sie lautlos Kills durch Ohne Alarm auszulösen Ne, das ist geil Das nehmen wir So Aber ab dann würde ich sagen Dass wir bald mal hier Ähm Sowieso auf die Fähigkeitspunkte Ein bisschen sparen Jo Okay Ja, sehr geil Finde ich gut Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin Federn nehmen wir natürlich gerne mit Okay, das ist cool Wow Okay, das ist sehr geil Boah Ist das geil Komm schon Oh Gott Okay, das hat echt Spaß gemacht Das war schon sehr geil Ja Ja Oh shit Oh shit Oh wow 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 Äh Ja Ja Wollen wir müssen da lang Warcraft Oh wie geil ist das gemacht? Komm schon Wow, das war richtig geil Das hat richtig Spaß gemacht Das hat richtig Spaß gemacht Das hat richtig Spaß gemacht Ehrlich In echt würde ich es vielleicht nicht gerade machen Aber Es hat schon Spaß gemacht Schwaldensprung Okay, let's do it Und ich habe irgendwie das Gefühl Wir sind hier nicht allein Oh, sieht so geil aus Unter Wasser auch Richtig, richtig schick Ich schwimme mal hier lang Ich weiß, wir mussten da links hoch Aber Und die Fische lieb Ich glaube nicht Aber da unten haben wir noch was Nein Genau Da wollen wir hin Vielen Dank Okay Die 15 EP Waren es mir einfach wert So Da können wir raus Hallo Frosch Kann ich dich mitnehmen? Doofe Kann ich dich Oh Gott, es tut mir leid Kann ich dich Aber du seid mal nur Hab ich da Ich dachte, ich kriege irgendwas für den Frosch Oh Gott, Frosch Entschuldigung Ich dachte, ich kriege was für den Frosch Naja Ach Das wollte ich jetzt nicht Okay Was erwartet uns hier Das sieht nicht so gut aus Die verborgene Stadt Jonah Ich glaube, ich habe sie gefunden Die verborgene Stadt Ich suche jetzt nach der Schlange Mit dem silbernen Auge Okay Das sind überall so So Warnzeichen Unmöglich Ich kann nicht mehr tragen Ne Das ist mir zu schnell Okay Das sieht echt cool aus Ich bin Ich bin Ich muss leider Einfach auch mehr Tiere abknallen Weil sonst können wir langsam keine Ach fuck Sonst können wir einfach auch gar keine Äh Geht da jetzt auch noch rein Gar keine Waffen Upgrades und so mehr machen Fehlende Ausrüstung Okay Alles voll Ich kann nicht mehr tragen Muss ich denn Ich muss da hinten hin Dann gehen wir da auch erstmal hin Was haben wir hier Wir mischen Erliegt habe ich es nicht Ne Okay Da hinten müssen wir hin Oh Gott Hallo Ich kann dir helfen Geh weg Du darfst nicht hier sein Hör mir zu Ich weiß es tut weh Aber Oh oh Das ist doch eine gute Idee War Okay Das waren wir nicht Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscher Lara Croft Sie kommen wieder Wir müssen verschwinden Bringt sie mit Du bist nicht nur mein Sohn Sondern dein Erbe Begib dich nicht in unnötige Gefahr Hätte diese Frau uns gefunden Wenn du nicht dort gewesen wärst Ich bin froh Dass nichts passiert ist Ich bin froh, dass nichts passiert ist Wie hast du uns gefunden Wenn du kein Mitglied des Kults bist Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt Ich habe erwartet Ruinen zu finden Nicht euch oder etwas wie das hier Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt Ich kenne sie als Trinity Ich versuche sie aufzuhalten Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt Es sieht wie eine silberne Schatulle aus Sie gehört zu einer Mondgöttin Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein Aber es darf Trinity Dem Kult Nicht in die Hände fallen Sie sind sehr gefährlich Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi Du bist bereits hier Die verborgene Stadt Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes Und der Opferung Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja Niemand ist je von dort zurückgekehrt Ich möchte es versuchen Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja Bringt ihn zu mir Jonah Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund Ist Abby? Mir geht's gut Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange Dein Freund bleibt hier Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen Und ihm wird es nicht gefallen Das ist doch nicht nötig Ist schon gut Ich warte hier Edzli Bring dieser Frau frische Kleidung Uchu Du bleibst bei ihm Ich bin so schnell, es geht wieder hier Okay Ganz hübsch hier Sei still Ach, Jonah hat immer so eine Schamante Art Boah, das sieht so geil aus Unglaublich Wow Ich hoffe, dass das bei YouTube auch so rüberkommt Paititi Aber In 4K Alter, Leute Ist das geil Und damit haben wir sie gefunden Die verborgene Stadt Ich kenne deinen Namen nicht Entschuldige Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein Ich bin die rechtmäßige Königin Unorat Edzli Du schuldest mir noch einen Bericht Ja, Mutter Da war etwas Heute Morgen Ja Ich hab gesehen, wie Haka mit deinem Nachbar gestritten hat Er schien wütend zu sein Als ich näher kam, waren sie plötzlich still Dann haben sie gelacht Als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht Er plant irgendetwas Gut gemacht Danke, Mutter Hey Hi Okay, das ist, äh Das Gewand steht klarer ziemlich gut Muss ich mal anmerken Sie ist also eine entthronte Königin Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen Mach dir darüber keine Sorgen War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Gelb Grausam Sieh dich um, wenn du willst Ich erwarte dich auf den Markt Das ist ein traditioneller Fußpflug Der in den Anden auch heute noch verwendet wird Selbst außerhalb Paltitis Manchmal sind die einfachsten Methoden Immer noch die besten Oh, und da war noch was Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan Haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt Zuerst starben die Bienen Dann fiel die Kakaoernte aus Der Boden ist so schwer geschädigt Dass auf ihm nur noch Mais wächst Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig Wenn wir nichts unternehmen Droht Paititi eine schreckliche Hungersnot So, dann gehen wir immer wieder hinterher Cool, Lama Hallo mein Freund Nicht spucken Nicht spucken Ich bin ganz lieb Wird das streicheln? Kann ich damit machen? Wird damit reden? Kann ich, kann ich Da stand doch gerade ein Zeichen Alter, da stand doch gerade ein Zeichen Ich bin ich So Da, da, da Man konnte doch Alter, endlich Ohne Witz Da Streiche Nicht spucken Oh, feines Ja Nochmal Du kennst Ja Das ist süß Hallo Vorsicht Freundin von Onuratu Die Jaguar-Krieger Halte Abstand zu ihnen Sie suchen immer nach Rebellenaktivität Und sie sind gnadenlos Mhm Okay Wo ist die Königin? Das wäre doch voll schön hier, ey Ich würde mich ja gerne so überall umgucken Aber ich weiß echt nicht, wo die ist Wie Ist doch schon alles voll? Alles voll Ja, alles voll Ich kann nicht mehr tragen Ja, ich weiß Es rät auch keine Taschen Oh, hier, guck mal So Geboren in Hunger Aufgewachsen in der Rebellion Ein Waisenkind Doch nie allein Er erhebt sich als die Sonne Voll cool Oh, hallo, Kind Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls Wenn ich in der Höhle spiele Sie findet es einfach zu gefährlich Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen Hm Was für Tasche Äh, was für Sachen Hatten wir dich schon? Dich hatte ich schon, ne? Ja, dich hatte ich schon Okay Ähm Da ist sie bestimmt hoch Voll viele coole Sachen hier Mal hier Das nehmen wir noch mit Danke Noch ein Fehlende Ausrüstung Verstärktes Messer Muss mal gucken Was wir für so ein verstärktes Messer brauchen Dann mal weiter Ich würde ja die Leute fragen Okay Hier liegt noch ein bisschen Holz rum Vielen Dank Ich muss mal ganz kurz Ach, wir müssen da ganz hinten hin Ach, du Kacke Aber ich würde mich gerne so ein bisschen umgucken Du bist da War das voll? War voll, ne? Oh ne, kann ich nehmen Cool Pass auf Ne, das war voll Ups, Entschuldigung So viel zu entdecken Noch ein bisschen Holz zum einsammeln Dann haben wir noch ein paar Mais Dafür habe ich nicht genug Platz Dafür haben wir nicht genug Platz So, dann gehen wir hier mal runter Und stehen wir auf die andere Seite Oder kommen wir da irgendwie anders rüber Steht es auch voll Aber ist da was? Komm, wir gehen Alles voll Ich kann nicht mehr tragen So, wir lassen uns da mal hoch Wo ist das? Gott Alter Wer baut denn sowas? Ah, hier sind wir ja schon Okay, let's go Hakan Was ist das? Kultisten Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint Wenn die Katastrophen beginnen wird der Gott Kukulkan geopfert um die Sonne zu erhalten Sonst kommt das Ende der Welt Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht Doch der Führer des Kults will meine Position um selbst zum Gott zu werden Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen Die Welt neu erschaffen Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört Da ist er! Ich weiß, wer das ist Das ist Dr. Dominguez Seht her Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan Aber sein wahrer Name ist Amaru Er kommt eigentlich von hier Doch wurde von Fremden aufgezogen Die Menschen hier glauben an ihn Aber du nicht Mein verstorbener Mann Zahiri war sein Bruder Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paltitis Nach dem Tod Zahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen Ihr habt bereits den Sturm gesehen Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen Ich versichere euch, dass Paititi Für immer und ewig Überleben und Gedeihen wird Ich kenne Amaru Wenn ihm wirklich gelingt, was er will Wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen Er wird die Rebellen vernichten Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden Ja Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft Und Liebe Schwer zu sagen Tod ein Verrätern Sie werden ihre Strafe bekommen Hakan Hör auf Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen Du darfst die Rebellion nicht für Gefühsausbrüche riskieren Oh oh Ätzli Erkunde die Gegend Wir treffen uns an der Bergkante Letzte Warnung Verschwinde Folge Ätzli Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken Ich kümmere mich um die Schatulle Versprochen Oh, hab Dr. Dominguez uns schon erkannt hat Du warst gewarnt friedlich zu bleiben Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren Amaru verliert langsam die Geduld Es kommt nicht wieder vor Okay, meine Freunde In der nächsten Folge Ja, ich bin mit Ucho im Lager Alles bestens Dominguez ist hier Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan Dagegen kämpfen Honoratus Rebellen Was? Er ist seit Jahren hier Trinity kontrolliert Paititi Wow Ich gehe zum Auge der Schlange Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe So, meine Freunde In der nächsten Folge Sehen wir uns wieder Und dann holen wir uns hoffentlich Die Schatulle Aber ich schätze mal, das ist im Finale Aber ich weiß es nicht Wir werden es rausfinden Bis zur nächsten Folge Macht's gut Tschüss 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 Tschüss